Wir sind Thermofon! Wenn du auch gerne mit Computer und Technik zu tun hast, zeigen mir jetzt einen spannenden Beruf Informatiker. Zu meinen Haupttätigkeiten gehören die Mitarbeiter zu beurten, entweder im Ticket-Tool oder per Telefon, dann Server zu verwalten und allgemein zu schauen, dass die Firmeninfrastruktur am Laufen ist. Zu meinem Highlight gehört, dass wir jetzt momentan unsere Infrastruktur nah am aufbauen sind und ich darum die Möglichkeit bekommen habe, auch selber aufzusetzen. Zu meinen Haupttätigkeiten gehören die Software entwickeln und anschliessend ausführlich testen und schnell Lösungen finden. Zu den Anforderungen gehören, super Leistungen in Mathe und Englisch, gute Auffassungsgabe und abstraktes Danken. Außerdem müsste ich auch teamfähig sein, weil es gibt viele Aufgaben, die man auch im Team zusammenarbeiten muss und aufeinander Rücksicht nehmen muss. Zu den Benefits gehören auch ein gratis Mittagessen, Firmenausflüge und Homeoffice-Möglichkeiten für Lernende. Supporten, Programmieren und im Team arbeiten. Weckt das deine Interessen? Dann machen wir wieder Thermoplan. Wecklitz wir välchen, heute auf dem Modell. Das ist die Videobeschränke. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.